Wir sind in einer Art Feather-Welt-Skyblock-World-Super-Jew-Deluxe gefangen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Das letzte Mal haben wir in diesem... Ganz kurz, das letzte Mal haben wir ein Portal gefunden in diesem Tempel, wo wir in der ersten Folge von Episode 5 waren. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das war sehr weird, würde ich sagen. Wir sind auf so einer Skyblock-Insel gelandet und eben die Ocelots, die jetzt Lohnrouten heißen, also Blazerods, haben uns dieses ultra-epische Verhörzeug geklaut. Und wir müssen jetzt die auf jeden Fall finden, bevor sie damit Unheil anrichten können. Let's go. Warum hast du das... Hä? Okay, ich fühl's schon, ich fühl Eivor mittlerweile. Das ganze Kult. Warum? Die anderen? Die anderen? Warum habe ich das Gefühl, dass wir auf jeden Fall in diesem Gefängnis landen werden, was auf dieser Stadt irgendwo steht und wir totalen Ärger bekommen, weil wir bauen in Minecraft? Wow. Au. Kann ich das Gold mitnehmen? Du sollst. Keine hypothetische Frage. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich bin auch total excited. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Woher hätte ich das denn auch sehen sollen? Also, wir haben eine komplett andere Welt durch ein anderes Portal, in dem man nicht bauen darf und 90% ist aus Gold. Das andere ist wahrscheinlich Weißgold und kein Eisen. Wir haben uns komisch angeguckt. Wir haben uns komisch angeguckt. Gerade, ich glaube, wir kriegen Ärger. Bei mir. Du sollst. Nein, ich bin kein Zeug. Ich bin ein Vollidiot. Hier ist kein Vollidiot. Hier nicht durch. Aha. Ich will alles anschauen. Alles. Alles einmal. Ein Handwerksgebäude. Boah, diese sind ein paar populärer Crafting-Tables. Don't worry everyone, your turn will come in time. Please have your materials ready when you approach the Crafting-Table. Huh, I knew I shouldn't have waited so long to eat. Hey, was? Braucht euch doch selber ein Crafting-Table. Nimm das doch Holz und dann... Ja, ich weiß, ihr dürft nicht bauen, aber trotzdem. Willst du eine Crafting-Table benutzen? Willst du mir sagen? Ich bin so haugt, dass ich praktisch mein Klapp hier essen könnte. Aber ich will nicht. Ich werde patient und werde es in ein leckeres Klapp. Was kann ich für dich tun? Ich bin so haugt. Willst du deine eigene Werkbank machen? Es ist ziemlich ineffizient, dass alle ein Crafting-Table haben. Warum hast du dir einfach deine eigene? Was? Hey, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich will keine Teil davon. Bitte lasst mich jetzt allein. Danke. Warum denn? Als... Die Welt ist pretty sus. Wer sagt denn, dass man das nicht darf? Die Gründerin. Die Gründerin. Wir noch auf die andere Seite gucken. Hallo, Wache. Kannst du mir mal ein bisschen was erklären? Macht sie diese Regeln? Warum darf mich jeder bauen? Ich will nicht weiter. Hier ist einfach Wasser auf dem Boden. Aber wir kommen hier weiter. War einer, der hat so... hier sind 10.000 City-Bewohner, aber mit dem will ich ja jetzt nicht talken. Ja, komm, wir gehen jetzt mal zu diesem Tempel da hoch. Ich möchte mal bitte mit ihr da drüber reden. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir kriegen Ärger. Wir haben ein Schwert bei uns. Ich weiß nicht, ob das hier A-Laut ist. Ne, mal gucken. Ich könnte mir auf jeden Fall lustige Szenarien hier vorstellen. Ah, okay. Der hat auch einen Schwert. Dann weiß ich aber nicht, wo wir hin müssen. Daher gucke ich doch mal noch hier rechts und red mal mit den Leuten. Wie heißt du? Du heißt Reggae? Regie. Regie. Ach, der ist Reggae. Dann talken wir mal mit Milo, weil der hat als einzigster dieser Stadtbewohner einen Namen. Ach, das ist Gasthaus. I see. Da sind so ein paar Leute, die wollen eure Quelle haben. Die sind ein bisschen doof. Was ist die Eversource? Können wir vielleicht mal diese Frage klären? Wir sind mal ganz, ganz so aggressive. Ich würde gerne wissen, was diese Eversource ist, weil das ist schon ein bisschen arg sus, weil du weißt ja gar nichts darüber. Wieso sage ich eigentlich in letzter Zeit häufig sehr sus? Also es ist halt so, niemand weiß was darüber. Alle haben Angst davor, außer wir. Wir wollen das haben. Also halt unsere Menschen. Amen. Ich weiß nicht. aus. Die würde denn ist die wwLI deutsw- Oh, Crap. Leute von Sky City, ich bin sorry, dass Sie von Ihren Begrüßen abgeholt haben, aber etwas urgentes hat mir vorgebracht. Ein Vergnügen hat sich gemacht. Ein Vergnügen? Was für ein Vergnügen? Bitte, bitte, bleiben Sie calm. Vorher heute, die Outsiders haben eine Brücke in unsere fairer Stadt gebaut, aus einer entfernten Isle. Ja. Ich wusste nicht, dass es illegal ist. Ich habe mal eine andere Frage. Die kommt eigentlich aus dieser Himmelslandwelt wieder raus. Also nur so nebenbei mal. So was es ever cost? This is clearly our fastest way into the castle. Am I getting arrested? Wait. Don't be fooled by the Founders lies. I can help you come up with a plan to get into the palace. Here I am. I built the bridge. Are you crazy? Does she look like she's gonna help us? Unhand me. Don't treat him like that. We didn't do anything wrong. The builders. Will you take my way? Thank you, Jesse. Hey. Hands off the roads. Guards, bring them forward. Jesse, I... I'll find a way to help you. I promise. Aber vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Das ändert... Scheint die Story zu ändern, weil wir hätten ja gehen können. Aber guck mal. Das Game laggt extrem. Das tut mir gerade total leid. Äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, dass einfach gerade so viel geladen wird. Die ganzen Menschen um uns herum. Die ganzen großen Strukturen und sonst so Sachen. Aber 20 Frames ist halt echt wenig. Wir treffen uns am Ende. Hey, du bist der Bünder, oder? Was geht? Nice to meet you, Jesse. Mein Name ist Jesse. So, ich habe gesammelt. Hm. Ich liebe deine Honestheit und stecken vor. Das sollte interessant sein. Wieso denke ich, dass die irgendwas Schlechtes über uns erzählt haben? Also, ich weiß ja nicht. Oh, aber sehr schöne Aussicht. Ins Nichts. Das ist ein Schlechtes. Für eure Service zu Sky City, ich gebe euch diese Gifts. Da, see? Das Bindkarchi-Suppet. Das muss leden an Eversauce. Really? Das ist das, was du fokussierst? Ich würde sagen, wir haben weniger Probleme auf unseren Händen. Wie Aiden. Also, ich würde lieber den Bösen aufhalten, wie mich selber irgendwie. Also, halt als Held. Wieso sieht die aus wie Kleopatra? Ich weiß es nicht. Also, sie sagt, wir machen, wir gehen mal ganz offensiv. Wir werden ihn komplett vernichten. Ja, aber ich komme aus einer komplett anderen Welt. Es tut mir leid. Ja, ich weiß es nicht. Nichts. Bitte was? Aiden war ein Master Manipulator. Der würde sagen, was oder so ist. Er würde sagen, was er zu sagen? Hm. Das ist wie du, wie du jetzt bist. Jesse, es ist klar, dass du der kleine Klingel, also wie geht, wenn du mit mir kommst? Uhm. Okay. Ich glaube, wir werden hier warten. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Ich frage mich, wie diese Welt überhaupt entstanden ist. Ja, macht Sinn. Ich verstehe das. Irgendwie verstehe ich das schon. Ich empfie mich, dass du versuchen, um unsere Welt zu verstehen. Die Leute, wie ich, wie ich, die Dinge zu sein soll. Ausgleichen die Grenzen, zu riskieren meine Leben jeden Tag. Wait, was heißt das Grenzen? Ich habe gehört, die Eversource könnte ein Unlimited Precious Materials machen. Wenn es nur so einfach wäre. Ja, ja, okay Das Wasser sieht sehr schön aus, muss ich sagen Es ist immer so nebenbei Die ist schon ein bisschen, ich weiß nicht Also ich krieg so ganz komische Gefühle Irgendwie, dass sie irgendwie böse ist Also dass sie einfach nur diese Macht haben will über die Stadt Weiß nicht warum Ja, das dachte ich mir Hab ich doch gesagt, wir werden auf jeden Fall ins Gefängnis kommen Prediction war da Sorry, genau, sorry Jetzt kann ich Pause drücken Leute, wenn euch das bisher gefallen hat Zeigt das doch gerne mit einer positiven Wertung Indem ihr das Däumchen unter dem Video drückt Und wir sehen uns dann bestimmt in der nächsten Folge Schaltet auf jeden Fall ein Werden wir aus dem Gefängnis wieder rauskommen oder nicht Mal schauen Bis dann Und Tschau Leute 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 Vielen Dank.